Wie? Hast du mit F die Sprach-Chat-Funktion verwendet dann und ihm das gesagt? Mindestens, mindestens, also jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht, das hätte mindestens, also ne? So energisch, wie das für uns gesagt wurde, hätten die das für die, die es bestimmt war, ne? Ich mag die Map nicht, die ist so hell. Ich brauche ne Sonnenbrille. Ne, achso, das ist diese Wüste. Oh, oh, du hast den Ball in die Sonne, ne? Ja, ja, ja. Ich muss meine Scheiben tönen lassen, glaube ich. Also Tatooine, ja, möglich. Ja, definitiv. Überall ein Tatooine. Rückpass. Halbzeit. Au. Oh, wow. Zerstörter Beige von... Ha, ha, ha. Ich war ein anderer, schade. Auf was wartest du? Ne, der hat doch gesagt, der Ball fliegt gegen die Sonne ist nicht gut. Ja. Ey, der Typ ständig rammt mich der. Hat er denn nicht mal. Alle Spiele weiß ich. Deine? Okay. Ich hätte was rausgekommen. Okay. Hä? Warte, du hattest ihn. Ich dachte, ich hätte ihn, aber ich glaube, es war ein Gegner, der ihn hatte oder so. Ja, lol. Ich bin auch verwirrt, ich habe es nicht gesehen. Komm schon. Ja, sehr schön. Perfekt. Bam. Nein. Doch, nein. Das war riesig abklatschend außen. Wir sind zu schnell. Wir sind auch nicht gefahren. Nium. Also, weil die gesehen noch... Also, umfahren, nicht umfahren. Ne? Umparken. Umparkieren. Was? Ja, das heißt, parkieren, ne? Oh, wie, um die Wand. Trick. Schnauze voll hier von den Affen. Mensch, ich mach dir gar nichts. Pssst! Sei still! Ich hab nichts gesagt. Boah. Der wird reingegangen. Autsch. Hi. Ah, so. Landen. Fade. Oh, noch ist einer im Weg. Ah. Shit. Nein, das war uns nicht. Sehr gut. Oh, da ist gar keiner mehr. Oh, wie springt denn der ab? Haben wir da oben eine Kante hinbetoniert oder das? Kaboom! Hättisch. Hab kein Noss mehr. Und da ist wieder einer. Oh, scheiße. Liegt in deinem Keller eine Leiche? Ich bin's nicht gewesen. Noch frisch kann das nicht verweisen. Hab ich, hab ich, hab ich. Mit dich, mit dich. Wunderschön. Oh, da geht's. Mir ist scheißegal, wer den hat. Den abklatschen auch noch, oder? Nee, das hat nicht mehr gereicht. Ich hätt die Noss. Am Ende? Als Vieh nicht da ist, wollte ich den Vieh machen. Warte mir. Danke. Ich hab Julia auf die Seite gelegt. Äh, okay. Ihr müsst gucken, was da läuft. Oh. Da läuft der Film. Ja. Ja. Ihr spielt die Musik. Kaboom! Wusste ich, dass er nicht in jedem geht. Ah, jojo. Haben wir wieder noch nicht. Ich war schon wieder in diesem Noss vor. Ah, schade. Gibt's ja nirgends'n Noss? Waren die alle im Angebot? Ja. Gell, schubst. Betritt im Tor. Das muss was werden. Ja. Oh, schade. Ach, schade. Ich hab ihn falsch weggeschubst. Jetzt, go, go for it. Sehr schön. Warte, die wollten mehr Revanche? Ja. Aber die waren schon ja auch besser, oder? Ja. Am Anfang dachten die mir, das wird schon wieder ein Scheiß, weil sie uns beide zerstört haben. Jojo und mich. Ja, genau. Das war die Doppel. Der eine hat gleich beide mitgenommen. Sehr guuuut. Der ist drin. Voller geht. Spielmacher. Ho. Bubble. Ohne mich, nein. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich werden wir nicht. Ja. Dann ist die Spielmacher. Genau. Oh, den hat er ja nicht. Ich hab ihn zu weit vorgelegt. Da ist kein Maus mehr. Da auch nicht. Ich hab... Warum geht er jetzt nicht mit dich, wenn ich mit dich sag? Ey, geschubst. Hat er dich zerstört? Uh, er ist geschubst und dann zerstört. Oh, wow. Wunderschön. 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 Wunderschön gestoppt, ne. Danke für die Parade. Wunderschön. Hab ich extra durchgelassen. Hab ich extra so gestoppt. Hast mir aber nicht extra das Los gelassen. Oh, scheiße. Nein. Ich musste da gegen ihn dann heben. Der erste Schuss. Wurde trotzdem darauf. Wusstet der Nachschuss wird scheiße. Ja. Ja. Weil es ist mehr Glück. Upsi. Au. Der hat ja mich nicht zerstört gehabt. War eine Kopie. Total zerstört. Hä, was? Nee, irgendwie... Ich war schon... War ja dann schon, nachdem das Tor gefallen wird. Zerstört? Ja. Oh, scheiße. Ja, nachdem. Ja, treffen kann ich immer noch nicht. 4-3 stimmt immer noch nicht. Wow. Ja. Jetzt an dich. Nee, ich wollte gar nicht. Ja, weil die Jojo macht. Guck, der geht nur rein. Voll buggy aus. Ja, total. Jetzt auch wieder. Oh, lol. Nein, Jojo. Durchschuss. Noch geht was. Da geht noch was. Nein. Nein. Äh. 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 Revanche? Nein. Nicht Revanche. Der hat das Fahre gedrückt. Definitiv. Ich krieg gar nicht mehr so... Und der schreibt das immer. Äh. Oh, so geht auch einfach nicht. Nein, oder? Warst du das, Ri? Ich dachte jetzt, das war Andi. Hä? Nee. Ri hat doch gesagt, er hat gedrückt. Das ist ja auch nicht. Ich war's Andi, doch. Das war voll gelogen. Schade. Als würd ich sowas tun? Was unterstellt ihr mir denn? Hä? Ihr kennt mich scheinbar gut. Äh, nicht gut. Ihr kennt dich zu gut. Eieieieiei. Uoppaleri. Oh 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 oh. Kann ich nicht. Keine Pressure, keine Pressure. Ich wurde geschockt. Die vielleicht einfach einen Tick warten müssen. Pressure. Ne 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 ne. Wie hinkommen? Gibt's da irgendein Lead, oder? Under Pressure. Naja, genau. Under Pressure. Naja. Juju. Ich sehe jemand voran hier schon. Perfekt. Oh. Na gut, machst du ihn halt zur Seite. Ja, und du machst jetzt ein Fahrradzieher? Nee. Der Ball ist zu lange hoch gewesen. Ja, hat er natürlich... Nicht. Juju. Juju. Boah, sie haben Juju zerstört. Ja. Das bedeutet Krieg. Mit Ansagen. Okay. Ich hab kein Nuss. Ich hab kein Nuss. Ich hab kein Nuss. Dann hol' ja Nuss. Jetzt hab' ich Nuss. Boah. Zu hoch. Das war aber... schon schön. Ja, ja, ja. Langsam. Ja, ja, ja. Der hätte ein bisschen mehr Pressure gebracht. Ja, ja. Pressure. Hochdruck Pressure. Komm schon. Ja, schön. Jawoll. Der hat gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Hä, was ist da los? Ich hab' nicht gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Ich hab' nicht gereicht. Ja, ihr seid mir mal wieder eine Hilfe hier, wa? Nein, 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 nein. Sagt das nicht das letzte Mal. Ging's danach, Becker? Da waren wir allerdings auch vorne jetzt. Es ist nur Gleichstand. Also... Kann's nur noch schlimmer werden. Ja, die haste. Ja, logisch. Locker. Den hast du jetzt. Ich nicht. Den geh' ich dann nicht. Hey, ist ja gut. Na komm, jetzt land' nicht im Weg. Was macht ihr da jetzt? Ich hab' beide gleich die Stichtlinie gemacht. Hui. Ich hab' super easy gehabt, aber nein. Nein. Du hättest zwei Tore auf einmal gemacht, ich weiß. Ja. Kannst du nicht, ne? Kaboom! Ich bin an der Wand. Oh, du kennst diesen Griff. Komm schon! Jawoll! Der hat gesessen. Bam! Zckdüsch! Der hat aufgeholt. Der hat überholt. Der hat überholt. Zehn. Mussten wir die fünf Punkte noch abholen. Eigentlich nur zwei Punkte dann, was ich meine. Ne, ne? Nix. Uuuh, hab ich jetzt. Ich bin hier ein neues Haus gelöst. Ach du? Ich glaub' den Weg stellen. Kann ich. Sehr gut. Ja, dann machen wir rein. Nur keiner da. Jetzt riech. Jojo, bist du mittig? Bitt ich. Riech. Bist du mittig? Oh Gott. Ja, aber. Ich wurde weggeschubst. Ich auch. Mein was, mein was, mein was. Warum fährt er jetzt? Oh, der kommt scheiße. Der hat einen Busiker erwischt. Der hat mich vorhin weggeschubst. Das war fies. Ja, weil er busy war wahrscheinlich und du ihm im Weg standest. Ne. Nicht wirklich. Oder weil er ein bisschen geil ist. Ich weiß es nicht. Das ist keine Beleidigung, Ani. Das ist keine Beleidigung, Ani. Aber auch keine Beleidigung. Das war um die Frage feststellen. Das ist nicht das Beleidigungsnutzen. Der ist hier drüber. Also fiesig haben wir es ja nicht gut berechnen können, oder? KABUM! Da ist ein Patrick. Ja, guten Tag, Herr Patrick. Wie heißen Sie denn? Patrick. Patrick, Patrick, Patrick. Holy Smoly. Der kommt gefährlich. Der hat einen Locker. Der hat einen Locker. Oh. Das ist ein Schacht-Diebiger. Der will ich auch selber warten. Ja, der meint doch. Werenal. Ah, ich hätte mal vorsp... Päusen. Nääääääääääääääh! wichtig und richtig keine B aber ist dafür doch kommen schon der die geilen wollen die wollen durch die Exklusionslohn A little bit Guck, der steht einfach im Weg Er ist rausgegangen War das er oder war das ein Zundergang? Don't know Einen von beiden Glanz Parade Oh, die ist jetzt So, machen wir noch was Jo, darf noch Nein, unternehmen Neuer Versuch Time to shine Ich hab nicht genau Obdick Scheinbar, dein Lineal ist echt Ich glaub, du hast da ein Viereck und kein Geo3 Ja, ich glaub auch Das ist ein Geist Wir können keine 2 Tore mehr machen Parade noch Ich spür deinen Außenraum mit Talent Er will nochmal 861, yay Ok 1 2 2 3